Hallo Leute, mein Name ist Romml, heute zeige ich euch wie man ein Reset durchführt bei einem Tablet ohne eine Nadel in das Loch reinzustecken. Also wann wird genau sein Reset benötigt? Zum Beispiel wenn sich das Tablet aufhängt oder man überhaupt kein Loch hat fürs Resetten. Also einfach nur den Ein- und Ausschaltknopf drücken und das 10 Sekunden lang. Jetzt haben wir es eigentlich resettet. Einfach nur wieder aufdrehen. Und das war's. Herzbitsst! ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020